Diese hier angebotene 2,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Bilk. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 103 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1.278 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017